6 Symptome eines Vitamin-D-Mangels, die Sie niemals ignorieren sollten Die entscheidende Rolle von Vitamin-D bei der Aufrechterhaltung der Knochengesundheit ist weithin bekannt. Aber wussten Sie, dass ein Vitamin-D-Mangel während der Schwangerschaft auch die Wahrscheinlichkeit beeinflussen kann, dass Neugeborene an Asthma erkranken? Asthma betrifft weltweit Millionen von Kindern und seine Ursachen sind nach wie vor ein Rätsel, obwohl Forscher in den Vereinigten Staaten untersuchen, wie während der Schwangerschaft ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel sichergestellt werden kann. Eine im American Journal of Health Economics veröffentlichte Studie zeigt, dass Frauen, die in den letzten drei Monaten der Schwangerschaft mehr Sonnenlicht ausgesetzt sind, das Risiko verringern, dass ihre Kinder Asthma entwickeln. Darüber hinaus spielt Vitamin-D eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Knochenstoffwechsels und ist für die körpereigenen Calcium- und Phosphor-Speicher notwendig. In diesem Video beleuchten wir 6 seltsame Symptome eines Vitamin-D-Mangels, die Sie niemals ignorieren sollten, und erläutern, warum die Gewährleistung eines ausreichenden Vitamin-D-Mangelspiegels für die allgemeine Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist. Bevor wir mit diesem Video beginnen, vergessen Sie nicht, dem Video bis zum Ende zu folgen, um das Beste daraus zu machen. Geben Sie dem Video ein »Gefällt mir« und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, damit Sie keine neuen Videos verpassen. Das erste Symptom, das Sie verspüren, ist die ständige Müdigkeit, auch bei einfachen Alltagsaktivitäten. Dies ist ein deutliches Zeichen für einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel im Körper. Diese Müdigkeit geht oft mit einem Gefühl der Erschöpfung und Kurzatmigkeit einher. Es ist kommt vor, dass ein Mangel an Vitamin-D zu einem Mangel an Calcium, Phosphor und essentiellen Mineralien führt, um einen effektiven Stoffwechsel zu betreiben und dadurch übermäßige Müdigkeit zu verspüren. Das zweite Anzeichen ist häufiger Haarausfall. Während Stress ein bekannter Faktor ist, der zu schwerem Haarausfall beiträgt, kann Haarausfall insbesondere bei Frauen auch auf zugrunde liegende Erkrankungen oder Ernährungsmängel hinweisen. Es besteht ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen Haarausfall und einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Durch Forschungen auf diesem Gebiet wurde eine Autoimmunerkrankung, die durch erheblichen Haarausfall gekennzeichnet ist, mit Rachitis in Verbindung gebracht. Eine der häufigsten Ursachen für Rachitis ist in erster Linie ein schwerer Vitamin-D-Mangel, der zu einer Schwächung der Knochen führt. Das dritte Anzeichen sind Stimmungsstörungen und Depressionen. Eine aktuelle Studie ergab eine wichtige Entdeckung, dass ein Vitamin-D-Mangel das Risiko einer Depression bei Personen über 50 Jahren um bis zu 75% erhöhen kann. Dieser Zusammenhang entsteht, weil Vitamin-D eine wichtige Rolle spielt, das ordnungsgemäße Funktionieren des Körpers, insbesondere der Nervenrezeptoren im Gehirn, die für das Gehirn unerlässlich sind. Kommunikation und Stimmungsregulation hängen in hohem Maße von einem ausreichenden Vitamin-D-Spiegel ab, da ein Vitamin-D-Mangel die Effizienz dieses Gehirnbotenstoffs beeinträchtigen kann, was zu Stimmungsstörungen wie bipolaren Störungen und Depressionen führen kann. Das vierte Anzeichen ist Schwindel und Drehschwindel. Haben Sie schon einmal ein plötzliches Rotations- oder Bewegungsgefühl verspürt, sei es bei Ihnen selbst oder Ihrer Umgebung, wenn Sie Ihren Kopf bewegen? Dieser Zustand wird als Lagerungsschwindel bezeichnet. Roxysmaler Schwindel ist eine häufige Form von Schwindel. Leichte Veränderungen der Kopfhaltung führen zu einem unverhältnismäßigen Bewegungsgefühl. Studien deuten auf einen möglichen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und dem Auftreten von Lagerungsschwindelattacken hin. Dieser Zusammenhang ist besonders wichtig angesichts der Rolle von Vitamin-D für die Knochengesundheit und die Calciumregulierung, die zum Beispiel Für die Funktion des Vestibular-Systems von entscheidender Bedeutung ist, welches das Vestibular-System lebenswichtig ist. Das fünfte Anzeichen ist ein unregelmäßiger Herzschlag, da Vitamin-D eine wichtige Rolle für die Herzkreislaufgesundheit spielt. Vitamin-D spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Calcium und Phosphor und beeinflusst daher wirksam die Herzmuskelkontraktionen. Sein Mangel kann die Fähigkeit des Herzens, bluteffizient zu pumpen, direkt beeinträchtigen, was zu einem unregelmäßigen Herzschlag führen kann ein wichtiger Faktor bei der Vorbeugung oder weiteren Behandlung von Arrhythmien. Das sechste Zeichen ist die Stärkung des Atmungssystems, da das Immunsystem Abwehrzellen wie Lymphozyten aktiviert, die es ihnen ermöglichen, Viren und Bakterien, die für verschiedene Krankheiten verantwortlich sind, wirksam zu bekämpfen. Wenn sie häufig krank werden, insbesondere Erkältungen oder Grippe, steigt der Vitamin-D-Spiegel verringern. Im Körper kann es ein wichtiger Faktor sein, und dieser Zusammenhang wurde durch mehrere Studien nachgewiesen, die einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und einem erhöhten Auftreten von Atemwegsinfektionen zeigen. Erkältungen, Bronchitis, Asthma und Lungenentzündung Zeigen Erkältungen, Bronchitis, Asthma und Lungenentzündung Das heutige Video ist zu Ende Vielen Dank fürs Zuschauen Wir werden Sie in einem kommenden Video treffen Ich wünsche Ihnen mehr Erfolg und Wohlstand Ich wünsche Ihnen noch die Lungenentzündung